Nachdem eine Rakete an der ukrainischen Grenze in Polen eingeschlagen war, wurde Polens Präsident Andrzej Duda von einem russischen Komiker-Duo am Telefon reingelegt. In dem auf der russischen Videoplattform Routube veröffentlichten Gespräch geben sich die Komiker WoWan und Lexus als der französische Präsident Emmanuel Macron aus. Die polnische Präsidialverwaltung bestätigt dies, das Telefonat habe anlässlich der Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs stattgefunden. In dem siebenminütigen Gespräch erklärte Duda in holprigem Englisch unter anderem, dass eine Rakete russischer Fertigung eingeschlagen sei, beschuldigte Russland aber nicht. Duda erklärte ausdrücklich, dass er mit äußerster Vorsicht handele und keinen Krieg mit Russland wolle. Aufgrund der ungewöhnlichen Gesprächsführung habe Duda einen Schwindel vermutet und aufgelegt. Schon seit Jahren trickst das Komiker-Duo Politiker und Prominente mit Feg-Anrufen aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017